Hallo zusammen, willkommen zurück. Ich möchte euch heute einen Vergleich zwischen der Garmin Apex 2 bzw. der Apple Watch Ultra in der ersten Generation vorstellen. Ich will einfach darauf eingehen, was haben die Uhren gemeinsam, was sind die Unterschiede, welche Uhr ist für dich vielleicht geeigneter. Als erstes haben wir hier die Apple Watch Ultra. Sie kommt mit einem klassischen Apple Design daher, also das Design, was wir eigentlich seit der ersten Stunde der Apple Watch kennen. Nur ist die Uhr mit 49 mm etwas größer. Wir haben hier ein Titanium-Gehäuse verbaut bzw. auch ein Saphir-Glas, was entsprechend hier das Display schützt. Die Uhr selbst ist auch bis etwa 100 m wasserdicht und wurde mit dem MIL-STD 810 Standard getestet. Das heißt also, ihr könnt dann entsprechend auch mit der Uhr tauchen gehen. Ebenfalls ist auch wieder die klassische Krone verbaut, das heißt also, ihr könnt dann entsprechend mit der Krone wieder durch die Menüs oder durch die Apps scrollen, aber auch der Knopf unten an der Krone ist auch ebenfalls wieder vorhanden. Was mit der Apple Watch Ultra neu eingeführt wurde, ist der Action-Button und den gibt es auch nur bei der Ultra selbst. Den könnt ihr nach Apple-Verhältnissen doch sehr, sehr frei programmieren. Ihr könnt dann auswählen, ob ihr zum Beispiel hier direkt die Stop-Uhr starten möchtet oder auch einen Wegpunkt setzen oder die Aktivität selbst starten, aber auch natürlich die Möglichkeit, hier Kurzbefehle zu hinterlegen. Die Uhr hat auch einen internen Speicher von 32 GB. Das ist gerade interessant, wenn ihr Offline-Musik unternehmen möchtet, wie zum Beispiel von Apple Music oder von Spotify. Das ist ebenfalls mit der Apple Watch Ultra möglich. Was zunehmend verbaut ist, ist auch ein LTE-Chip. Das heißt also, es gibt überhaupt keine Auswahl. Ihr habt die Uhr auf jeden Fall immer in der LTE-Version und könnt dann entsprechend hier mit einer eSIM eure, ja, euer Mobil-Hit-Vertrag hinterlegen. Die Garmin Apex 2 kommt hier in zwei Varianten. Wir haben hier einmal eine etwas günstigere Variante, die einmal Gorilla Class und eine Edelstahlünette hat. Auch ist hier der interne Speicher mit 16 GB ausgestattet. Garmin bietet natürlich auch eine etwas teurere Version an, die dann ein Saphir-Glas hat, beziehungsweise auch eine Titan-Lünette. Und hier ist dann ebenfalls ein interner Speicher von 32 GB verbaut. Auch hier besteht die Möglichkeit, entsprechend hier Offline-Musik mitzunehmen. Unterstützt werden hierbei Amazon Music, Spotify und Deezer. Apple Music ist hier bei den Garmin nun momentan nicht möglich. Auch hier ist die Uhr bis 100 Meter wasserdicht und ebenfalls hier wurde der MIL-STD 810 Standard getestet. Was es bei den Garmin Apex Uhren dann aber nicht gibt, ist eine LTE-Version. Generell hat Garmin ja sehr, sehr wenig Uhren, die eine LTE-Version unterstützen. Und bei Garmin ist es auch so, dass LTE nicht genauso ist wie jetzt hier bei Apple. Bei Apple können dann auch wirklich telefonieren und auch wirklich Streaming betreiben, also Musik-Streaming. Das geht bei der LTE-Version von Garmin nicht. Da ist es ein reines Sicherheitsfeature, wie zum Beispiel Live-Track, auf der sich gleich noch zu sprechen kommt, wo dann das Ganze hier mit LTE benutzt wird. Wenn wir uns die Bedienbarkeit und die Displays der beiden Uhren anschauen, so haben wir bei der Apple Watch Ultra ein Rediner-Display mit 410x502 Pixel verbaut. Das Display ist auch wirklich gestochen scharf. Was die Bedienung angeht, so wird die Apple Watch Ultra hauptsächlich über Touch bedient. Natürlich können wir dann auch mit dem Krone und mit dem Knopf dann auch hier entsprechend noch Sachen auswählen, aber die Hauptbedienung läuft hier eindeutig über den Touch. Thema Touch ist aber dann auch bei Regen kein Problem. Gerade wenn die Uhr dann wirklich nass wird und auch hier Regen draufkommt, ist die Uhr immer noch sehr gut zu bedienen. Es werden hier nicht irgendwelche Sachen ausgelöst, die man nicht auslösen möchte. Das ist hier wirklich sehr gut umgesetzt. Die Garmin Apex 2 hat hier aufgrund der Form eine etwas andere Auflösung. Hier hat das Display eine Pixelgröße von 416x416 Pixel. Auch ebenfalls hier ist das Display doch sehr gut ablesbar. Wobei ich muss sagen, das Apple Display ist ein Ticken schärfer als das von Garmin. Nichtsdestotrotz ist aber auch das ein sehr hochwertiges Display. Die Apex 2 ist ebenfalls komplett über Touch bedienbar. Da es aber so, wenn es ein bisschen feuchter wird, kann es hier mal zu Problemen kommen. Also es muss schon richtig feucht sein, dass es hier zu Problemen kommt. Aber ich habe bei der Apex auch gleichzeitig die Möglichkeit, hier komplett die Uhr über Tasten zu bedienen. Wir haben einmal auf der linken Seite drei Tasten verbaut und auf der rechten Seite zwei Tasten. Und ihr könnt entsprechend auch das Touch Display komplett ausschalten und die Uhr nur über Tasten bedienen. Was die Sensoren angeht, so haben beide hier einen Pulsoximeter verbaut. Ihr könnt bei beiden Uhren auch einstellen, ob ihr das Ganze nur nachts messen möchtet oder auch den ganzen Tag. Das heißt also, hier wird dann entsprechend der Blutsauerstoff gemessen. Beide Uhren bieten auch ein 24-7-Hertzfrequenz-Tracking an. Und auch da gibt es so, dass ihr dann entsprechend das einstellen könnt, wenn ihr eine Warnung bekommen wollt, wenn die Herzfrequenz abnormal ist. Das könnt ihr sowohl bei der Garmin Apex 2 als auch bei der Apple Watch Ultra machen. Und dann haben wir noch für beide Uhren dann für die Höhenmessung einen barometrischen Höhenmesser verbaut. Was die Apex 2 nicht hat, aber die Apple Watch Ultra ist dann noch ein EKG-Messgerät. Ihr könnt dann entsprechend über den Finger euer EKG messen und bekommt dann eine Anzeige, ob ihr dann einen Vorflimmer vorfindet. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, dass das Ganze hier kein medizinisches Gerät ist und dass man das Ganze mit Vorsicht genießen soll. Natürlich, wenn hier irgendwelche Meldungen kommen und Warnungen, solltet ihr auf jeden Fall schon zum Arzt gehen. Ich möchte jetzt aber an dieser Stelle erwähnen, dass es wie gesagt kein medizinisches Gerät ist. Was die Sicherheitsfunktion angeht, wenn ihr bei der Apple Watch Ultra länger auf die rechte Taste drückt, kommt ihr in ein Sicherheitsmenü hinein. Da habt ihr einmal die Möglichkeit hier eine Sirene auszuführen. Das ist einmalig bei den Sportuhren oder bei den Umgang generell. Ich kenne jetzt keine Uhr, die das jetzt direkt anbietet. Und da könnt ihr wie gesagt das Ganze ausführen und die Sirene wird auch richtig laut. Also die wird immer wieder lauter, umso länger sie läuft und warnt entsprechend die Leute in eurer Umgebung, dass ihr jetzt in Gefahr seid oder eine Gefahrensituation habt. Ebenfalls, was es noch gibt, ist dann ein Notfallpass. Ihr könnt dann entsprechend eure Daten hinterlegen, wie zum Beispiel Blutgruppe. Das pflegt ihr bei Apple Health. Und wenn dann euch ein Unfall passiert, beziehungsweise wenn Notruf aufgelöst habt, wird diesen Notfallpass auch direkt aufgerufen. Und es da und entsprechend können dann die Ärzte schauen, was ja ihr dafür Daten hinterlegt habt. Damit sie auch wissen, zum Beispiel welche Medikation ihr nutzt. Und so Sachen können dann wie gesagt hinterlegt werden. Zu guter Letzt habt ihr dann auch die Möglichkeit den Notruf anzurufen. Sofern ihr natürlich dann hier die eSIM hinterlegt habt, beziehungsweise ein Handy dabei habt und könnt dann entsprechend hier den Notruf kontaktieren. Was die Apple Watch Ultra ebenfalls noch anbietet, ist dann auch eine Sturzerkennung. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Workout macht und stürzt, dann wird das Ganze ebenfalls erkannt und ein Notruf ausgelöst. Beziehungsweise auch eine Unfallerkennung. Wenn ihr zum Fahrzeug unterwegs seid, einen Unfall habt, wird es entsprechend dann auch hier erkannt und ausgelöst. Die Apex 2 hat jetzt hier zwar nicht die Möglichkeit einen Notruf anzurufen, aber hat ebenfalls auch hier eine Sturzerkennung dabei fürs Radfahren, beziehungsweise auch das Laufen. Und da ist es so, wenn ihr jetzt ein Handy dabei habt, wird auch hier entsprechend ein Alarm ausgelöst und der Notfallkontakt wird dann kontaktiert und gibt dann die Position durch, wo euch das Ganze passiert ist, um ihr hier entsprechend Hilfe zu geben. Ebenfalls bietet die Apex 2 das sogenannte Live-Track an. Das heißt, wenn das Ganze einrichtet und einen entsprechenden Notfallkontakt hinterlegt habt und eine Aktivität startet, bekommt der Kontakt eine E-Mail und kann immer schauen, wo ihr unterwegs seid. Er sieht dann einmal, wo ihr dann gelaufen seid. Und wenn ihr auch eine Route geplant habt, dann bekommt ihr auch der Kontakt angezeigt, wo ihr dann noch planen zu laufen. So weiß er immer, wo ihr dann unterwegs seid und beziehungsweise wann ihr dann wieder zurückkommt oder wenn irgendwas passiert, wo ihr gerade steckt. Ein spannendes Thema ist natürlich auch immer die Akkulaufzeit. Und hier komme ich bei der Apple Watch Ultra bei voller Funktionsnutzung. Das heißt, es ist nichts abgestellt. Die 24-7-Hertz-Fergenzmessung ist eingeschaltet, beziehungsweise dann auch der Pulsoximeter. So komme ich dann mit einer Aktivität, die etwa 1,5 Stunden gegangen ist, auf eine Laufzeit zwischen 2,5 und 3 Tagen. Wieso sage ich jetzt 2,5 bis 3 Tage? Ganz einfach, ich hatte noch Restakku, beziehungsweise habe immer Restakku noch da und möchte einfach die Uhr aufladen, um diese am nächsten Tag voll nutzen zu können. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier einen Energiesparmodus einzustellen. Es gibt einmal die Variante, dass ihr das generell einstellt. Dann ist dann auch die Herzfrequenzmessung abgeschaltet und auch die Konnektivität etwas eingeschränkt. Da bekommt ihr auf jeden Fall dann im täglichen Bedarf eine längere Laufzeit. Aber auch jetzt mit dem neuen WatchOS 9.1 Update gibt es jetzt auch die Möglichkeit, hier bei Workouts, beziehungsweise im Training, das Ganze etwas einzuschränken, beziehungsweise hier einen Stromsparmodus einzustellen, bei dem dann entsprechend weniger GPS-Daten getrackt werden, beziehungsweise auch die Herzfrequenz etwas mit mehr Abstand gemessen wird, um hier einfach eine längere Laufzeit herauszubekommen. Bei der Apex 2 komme ich hier bei gleichen Einstellungen, das heißt auch bei voller Einstellung und auch bei einem Workout mit 1,5 Stunden und auch hier voller GPS-Nutzung auf eine Laufzeit von etwa 3 bis 5 Tagen. Und da ist natürlich auch wieder entscheidend, wie viele Meldungen bekomme ich rein, wie viel mache ich auf der Uhr, wie oft drehe ich die Uhr, wie oft geht das Always-On an. Also ich kann eigentlich sagen, meistens komme ich im Mittel auf 4 Tage heraus mit der Laufzeit und dann muss ich auch entsprechend hier die Uhr aufladen. Ebenfalls habe ich hier die Möglichkeit, einen Energiesparmodus zu nutzen, aber anders als bei der Apple Watch, wo ich dann sagen kann, ja, nein, habe ich hier aber im Energiemoodie mehrere Möglichkeiten, hier verschiedene Energiepläne zu hinterlegen und diese dann nach meinem Bedarf zu nutzen, um hier dann die Laufzeit entsprechend auch hier zu verlängern. Interessant ist natürlich jetzt die Frage, wie lange halten die Uhren bei Workouts? Also bei der Apex 2 kommt man hier mit Always-On und dem maximalen GPS, also Multiband-GPS auf eine Laufzeit etwa von 15 Stunden. Bei der Apple Watch Ultra komme ich auch im Always-On und auch hier maximale Nutzung auf etwa 12 Stunden Laufzeit. Das heißt also, die Uhren trennen hier etwa 3 Stunden, aber ich denke mal für den Regelfall oder beziehungsweise für die meisten wird das hier ausreichend sein, dass sie hier mit beiden Uhren ein Voll-Workout bzw. Verwanderung durchführen können. Bevor wir jetzt aber tief in die Sportthemen reingehen, möchte ich nochmal ganz kurz auf die smarten Sachen eingehen und das eine wäre zum Beispiel das Bezahlen. Wir haben hier bei Apple Apple Pay, das ist eigentlich ziemlich bekannt, das dürfte eigentlich normalerweise mittlerweile fast jeder kennen, auch mit dem Handy ist das Ganze möglich, das gleiche ist es auch mit der Uhr, das heißt, ihr könnt dann, je nachdem welche Bank das Ganze unterstützt, hier eure Kreditkarte, EC-Karte hinterlegen und sprechend über die Uhr dann bezahlen. Es wird mittlerweile auch ja fast schon von jedem unterstützt, also ihr könnt teilweise beim kleinsten Bäcker hier schon mit Apple Pay bezahlen, aber auch Discounter bieten es mittlerweile an, die es früher nicht hatten und da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. Anders sieht es bei Garmin aus, Garmin bietet hier zwar Garmin Pay an, aber Garmin Pay ist sehr eingeschränkt. Wir haben jetzt hier wenige Banken in Deutschland, die das Ganze überhaupt unterstützen, also die gängigsten Banken sind hier eigentlich gar nicht vertreten. Ebenfalls ist es auch so, dass ihr nicht überall das mitbezahlen könnt, da seid ihr auf jeden Fall mit Apple Pay besser aufgehoben, falls für euch das ein wichtiger Faktor ist. Generell muss man beim Thema Smartwatch sagen, die Apple Watch Ultra ist wirklich sehr, sehr, sehr gut in das Ökosystem von Apple integriert, das heißt zum Beispiel auch wenn ihr Airpods nutzt, werden die direkt hier übertragen oder auch Apps haben hier eine direkte Anbindung, ihr könnt zum Beispiel auch Nachrichten hier über die Apple Watch senden oder dann entsprechend hier auch telefonieren, also eine wirkliche volle Integration hier in die Apple Welt. Anders sieht es bei der Apex 2 aus, ihr könnt dann zwar hier auch Nachrichten lesen, also ihr bekommt dann auch Smart Notifications angezeigt, auch Anrufe bekommt ihr angezeigt, das Ganze ist aber nicht so detailliert und ausführlich wie jetzt auf der Apple Watch Ultra. Beide Uhren bieten auch ein App Store an, also bei Apple muss man eigentlich glaube ich gar nichts groß dazu sagen, jeder der ein iPhone hat kennt ja schon den App Store und so ist es genauso bei der Apple Watch Ultra. Wir haben hier eine Hülle und Fülle von Apps, die hier von verschiedenen Herstellern angeboten werden, da kommen wir auch gleich nochmal darauf zu, wieso das eigentlich auch wichtig ist für die Apple Watch Ultra, dass es dann diese Anbindung hat, aber hier könnt ihr die Uhr ja wirklich bis aufs kleinste individualisieren. Einzig bei den Zifferblättern, es gibt zwar Apps, die das Ganze irgendwie auch unterstützen, ich habe das nie so richtig hinbekommen, habe mich aber auch nie damit so richtig beschäftigt, aber ich sage mal so, den Standardweg, den man kennt mit Zifferblättern, da bietet Apple jetzt nicht so viel an, es gibt da leider auch momentan keine Schnittstelle, wo dann ein Dritthersteller ein Zifferblatt direkt über Apple anbieten könnte, da seid ihr dann entsprechend, wenn ihr hier nicht irgendwelche anderen Sachen nutzen wollt, ja auf die Apple eigenen Zifferblätter angewiesen, etwas mehr geworden als früher, aber dann doch im Vergleich zu Garmin noch deutlich weniger. Bei Garmin ist es so, bei Garmin haben wir auch einen eigenen App Store von Garmin, Garmin Connect IQ nennt sich das Ganze, da könnt ihr sowohl Datenfelder herunterladen, als auch Apps für die Uhr, das ist aber sehr, sehr, sehr überschaubar, also kein Vergleich mit dem Apple App Store. Was aber eine sehr große Stärke des Connect IQ Stores ist, sind die Zifferblätter, die hier angeboten werden, es gibt sowohl von Garmin, liefert immer wieder welche nach, aber auch von Drittherstellern, die hier sowohl kostenlos als auch kostenpflichtige Displays anbieten und da hat Garmin hier eine Schnittstelle eingerichtet und das finde ich wirklich sehr schön, weil so könnt ihr wirklich eure Uhr individualisieren. Beide Uhren bieten natürlich auch eine immense Anzahl an Workouts an, beziehungsweise Sportarten, natürlich sind die klassischen Sachen dann dabei, wie zum Beispiel auch hier Laufen, Radfahren, aber auch Triathlon wird hier von beiden Uhren unterstützt. Ebenfalls bieten die Uhren auch Wattmessung an und zwar Wattmessung im Handgelenk, also bei der Apex 2 ist das Ganze jetzt erst mit einem neuen Update hinzugekommen, aber auch da ist es jetzt so, dass ihr im Handgelenk hier Wattmessung durchführen könnt, das ist gerade für die Leute interessant, die hier im hügeligen Gebiet unterwegs sind und hier jetzt vielleicht nicht auf Puls oder auf Pace trainieren wollen, die können entsprechend hier auf die Wattmessung ausweichen. Wie das Ganze mit der Wattmessung aussieht, habe ich sowohl für die Apple Watch Ultra als auch schon mal für die Apex beziehungsweise für die Phoenix Uhren oder generell für die Garmin immer vorgestellt, ich verlinke dir mal oben die Videos, da kannst du nochmal genauer das Thema anschauen, falls dich das Ganze interessiert. Was die Lauf-Effizienz-Werte angeht, so haben wir bei der Apple Watch Ultra dann auch noch hier die Schrittlänge beziehungsweise auch die vertikale Bewegung oder auch die Bodenkontaktzeit. Das gleiche bietet auch die Apex an, die Apex bietet aber ohne ein Zusatzgerät hier nur Bodenkontaktzeiten an oder Schrittlänge, was nicht direkt angeboten wird, da müsst ihr einen HM Pro, Run oder Plus-Gurt haben, ist dann zum Beispiel das vertikale Verhältnis oder auch die vertikale Bewegung, die bekommt ihr dann aber live angezeigt, auch schön grafisch, das könnt ihr euch dann entsprechend im Datenfeld einstellen und da könnt ihr entsprechend die Auswertung direkt beim Laufen machen. Da ist es bei der Apple Watch Ultra so, da bekommt ihr es grafisch nicht angezeigt, also ihr seht jetzt nicht, ob ihr hier im optimalen Bereich unterwegs seid, das ist auf jeden Fall eine große Stärke der Apex Uhren, dass ihr hier direkt schon während des Laufes gut in die Analyse gehen könnt. Ein weiterer Vorteil des HM Pro-Gurt wäre dann auch noch, dass ihr hier dann zum Beispiel Balance angezeigt bekommt, das heißt also, ob ihr dann entsprechend hier mit dem linken und rechten Fuß hier in der Balance seid. Ich hatte ja gerade schon angesprochen, Thema Datenfelder, Apple hat ja hier an dieser Stelle schon einiges getan, beziehungsweise einiges verändert mit dem neuen WatchOS. Ihr bekommt zum Beispiel jetzt grafisch angezeigt, in welcher Herzfreundszone ihr unterwegs seid, beziehungsweise ihr bekommt dann auch hier, wenn ihr im Höhenprofil seid oder auch beim Laufen, die Wattwerte angezeigt, beziehungsweise auch hier grafisch angezeigt, wie das Ganze dann verlaufen ist. Eine große Stärke der Garmin Uhren, und das ist also auch bei der Apex 2 so, dass ihr hier, ihr könnt zwar bei der Apple Watch Ultra auch Datenfelder einstellen, also ihr könnt da Zahlen auswählen, aber bei der Apex 2 ist es noch so, ihr könnt dann auch grafische Felder hinterlegen oder auch Diagramme. Ihr könnt dann auch sagen, ich möchte dann drei oder vier oder fünf Datenfelder haben, die sich dann auch etwas anders anordnen, damit das Ganze etwas übersichtlicher ist. Gerade auch, wenn ihr dann ein Workout durchgeführt habt, bekommt ihr hier bei der Datenauswertung bei Garmin Connect auch nochmal ein bisschen mehr Auswertung angezeigt. Das Ganze ist dann nochmal extremer oder mehr, wenn ihr da auch einen entsprechenden Brustgut dabei gehabt habt. Da könnt ihr nochmal in die Datenanalyse gehen und könnt hier wirklich Schritt für Schritt das Ganze nochmal genauer anschauen. Die Apple Watch Ultra bietet zwar in der Fitness App dann auch nochmal eine Übersicht des Laufes und das Ganze kann man sich auch nochmal anschauen. Ich finde es aber persönlich bei Garmin Connect ein bisschen besser aufgearbeitet. Wenn wir auch schon beim Thema Workout sind, so haben wir bei der Apex 2 dann auch noch die Option der täglichen Trainingsvorschläge. Ihr bekommt dann, wenn das Ganze entsprechend eingeschaltet ist, so eingerichtet ist, dann jeden Tag, wenn ihr laufen geht oder Radfahren geht, einen Trainingsvorschlag. Dabei hilft euch die Uhr dann hier, euer Fitnesslevel auszubauen und nehmt dann quasi euch etwas an die Hand. Das heißt also, ihr habt dann hier so einen kleinen virtuellen Trainer. Ebenfalls dabei ist dann auch ein sogenanntes Wettkampf Widget. Da könnt ihr dann entsprechend, wenn ihr bei einer Veranstaltung seid, die Veranstaltung hinterlegen. Und Garmin bietet euch an, wenn ihr ein Ziel setzt, beziehungsweise eine Zielzeit oder das Ankommen oder ein Distanzziel, dass ihr entsprechend hier auch einen Trainingsplan dafür bekommt. Und dann könnt ihr entsprechend für dieses Event trainieren und bekommt hier dann auch hier tägliche Trainings vorgeschlagen. Bei der Apple Watch Ultra haben wir das Ganze hier so nicht dabei. Also ihr habt keine Trainingsvorschläge. Ihr müsst dann selber hier Trainings erstellen. Auch hier habt ihr die Möglichkeiten, wie bei der Garmin Uhr auch, eigene Trainings zu erstellen. Ihr könnt dann in die Menüs reingehen und hier ein Workout erstellen. Aber ihr habt jetzt hier keinen virtuellen Trainer dabei, der dabei euch hilft, hier Ziele zu erreichen. Was Apple aber anbietet, da gibt es dann auch entsprechende Workouts, um dann fortzuschreiten, ist Apple Fitness Plus. Ihr könnt das Ganze hier abschließen. Es kostet eine monatliche Gebühr und dann habt ihr so Trainer, die euch diverse Übungen fürs Krafttraining oder fürs Yoga oder fürs Radfahren oder auch Pilates etc. anbietet. Und dann habt ihr so geführte Workouts, die euch einfach zeigen oder beziehungsweise die Trainer zeigen euch dann, was für Übungen ihr durchführen könnt. Die große Stärke der Garmin ist natürlich der Sportbereich. Das heißt also, da wo die Schwächen der Smartwatch sind, ist hier die Stärke gegenüber der Apple Watch Ultra. Wir haben zum Beispiel hier neben dem Wettkampfwidget, was ich schon erwähnt habe, auch das sogenannte Trainingszustand Widget. Das gibt euch eine Übersicht, wie euer aktueller Trainingszustand ist. Das heißt also, baut ihr eure Form ab, baut ihr Form auf, seid ihr überlastet oder nicht. Und ihr bekommt dann auch eine Übersicht dann, wie eure VO2 Max ist oder auch dann eine Laufprognose, die dann anzeigt, wie eure Prognose auf 5, 10 Kilometer beziehungsweise Halbmarathon, Marathon ist. Und die trifft auch wirklich sehr gut zu. Und so habt ihr dann immer einen Überblick, wie dann euer Trainingszustand ist. Ebenfalls dabei ist dann auch das Trainingsbereitschaft Widget. Das gibt euch auf einen Blick eine Übersicht, ob ihr heute trainieren sollt oder nicht. Das heißt also, ob ihr lieber eine Pause, Regeneration einlegen sollt oder entsprechend hier voll in die Eisen gehen könnt. Die Apple Watch Ultra bietet in dieser Form nichts an beziehungsweise nichts von der Uhr direkt selber. Die Daten sind zwar alle hier so in Apple Health enthalten, also man könnte daraus was machen. Aber wie gesagt, Apple bietet hier nichts an. Es gibt aber sehr gute Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel Health Fit. Das kostet aber dann wie gesagt ein gewisses Entgelt. Oder auch Athletic. Das ist hier mein Favorit eigentlich, den ich gerne nutze. Hier bekommt ihr dann auch alles hier auf einen Blick, wie euer aktueller Zustand ist, ob ihr euch regenerieren sollt, wie ihr geschlafen habt, wie euer Training war, wie euer Trainingsfortschritt ist. Das Ganze bekommt ihr dann auch hier entsprechend angezeigt. Kostet aber hier eine monatliche Gebühr. Die ist etwas über 3 Euro im Monat beziehungsweise ein bisschen was über 30 Euro im Jahr. Und dann habt ihr auch hier entsprechend die Daten dabei. Ich habe die App mal vorgestellt im Video. Ich verlinke es dir oben mal. Da kannst du mal genau anschauen, was die App alles kann und ob die etwas für dich ist. Ein Alleinstellungsmerkmal der Apple Watch Ultra ist dann auch noch das Tauchen. Also gerade für Leute, die fürs Tauchen interessant sein sollen. Da gibt es dann auch bald die Möglichkeit, dass hier noch eine separate App angeboten wird. Wir haben jetzt heute den 13. November. Da gab es die App jetzt noch nicht. Da könnt ihr dann entsprechend, wenn ihr tauchen seid oder tauchen unterwegs seid, bekommt ihr entsprechend Daten angezeigt. Ich selbst bin jetzt kein Taucher, möchte es aber an dieser Stelle einfach erwähnen. Dann kommen wir auch schon zum Punkt Navigation. Die Apple Watch Ultra bietet hier in der Grundversion die Möglichkeit, hier über Apple Maps zu navigieren. Das heißt also, ihr könnt dann auch wirklich eine Adresse suchen oder auch ein Restaurant etc. Und dann wird ihr entsprechend hinnavigiert. Ihr könnt auch ebenfalls hier mit dem Auto navigieren lassen. Das geht hier mit der Apex 2 nicht. Ihr könnt zwar auch hier Around Me Funktion nutzen. Ihr könnt auch ein Restaurant suchen und dann entsprechend hinnavigieren lassen. Aber zum Beispiel eine Fahrzeugnavigation ist an dieser Stelle nicht möglich. Was die Apex 2 aber hier anbietet, ist dann auch, wenn ihr zum Beispiel ein Workout durchführt, auch dann über Komoot oder über Garmin Connect selber eine Route zu planen und diese entsprechend abzulaufen. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel ein Lauf-Workout macht oder ein Radfahr-Workout, dann könnt ihr euch entsprechend hier navigieren lassen und bekommt dann hier Abbiegehinweise, Signal angezeigt, wenn ihr dann hier unterwegs seid. Das kann hier Apple Maps nicht leisten. Also da ist auf jeden Fall die Kappengenauigkeit nicht mehr vorhanden. Ihr habt aber die Möglichkeit, zum Beispiel auch hier wieder über die App Work Outdoors das Ganze hier auch zu hinterlegen. Ihr könnt dann auch zum Beispiel Komoot hier was planen und dann bekommt ihr entsprechend das Ganze dann auch hier auf der Apple Watch Ultra angezeigt. Nachteil ist aber hier, dass ihr dann keine Abbiegehinweise bekommt und dass der Bildschirm nach einer gewissen Zeit hier in einen Ruhemodus geht, beziehungsweise seit Uhr angezeigt wird und hier nicht dauerhaft die Karte angezeigt wird. Ebenfalls bietet die Apex 2 auch immer an, wenn ihr ein Workout macht, die Karte dauerhaft anzeigen zu lassen. Das heißt also, ihr müsst euch gar nicht navigieren lassen und bekommt eine Karte. Das haben wir hier bei den normalen Workouts, bei der Apple Watch Ultra nicht, aber auch hier können ihr entsprechend Workoutors dafür nutzen. Die Apple Watch Ultra bietet dann auch noch die Funktion eines Backtracking, das heißt, wenn ihr jetzt unterwegs seid und einen Weg abgelaufen seid und ihr möchtet wieder zurück ans Ziel, dann könnt ihr das Ganze hier entsprechend über die Uhr starten und dann könnt ihr euch zurück, ja, zurücklaufen über den Kompass. Die Garmin Apex 2 bietet zwar das Ganze auch an, hier ist es aber nur so, ihr könnt es nur innerhalb des Workouts machen, also bei der Apple Watch Ultra geht es auch direkt hier über das Watchface, über das neue Watchface, was es da vorhanden ist. Das haben wir hier so bei der Garmin jetzt nicht. Da muss es entsprechend hier über das Workout laufen, aber dann wird es auch hier, ja, entsprechend zurücknavigiert. Wenn wir dann noch kurz zu dem Thema Karten kommen, die Apex 2 bietet dann auch noch die Option, die Skikarten anzeigen zu lassen. Das heißt also, wenn ihr im Skigebiet unterwegs seid, bekommt ihr dann auch hier genaue Details über das Skigebiet, das heißt, über die Schwierigkeit der Pisten, also ob sie rot, blau, schwarz sind oder auch über Läupen, habt ihr dann auch ebenfalls hier vorhanden. Was das Thema Konnektivität angeht, so bieten beide Uhren auch die Möglichkeit, hier das Ganze über WLAN zu verbinden, aber auch Bluetooth ist hier bei beiden Geräten verbaut. Was hier bei der Garmin Apex 2 ebenfalls hinzukommt, ist dann ANT+. Das heißt also, wenn ihr ANT-plus-fähige Geräte habt, könnt ihr diese nicht mit der Apple Watch Ultra verbinden, sofern sie keinen Bluetooth haben. Das geht dann nur entsprechend hier mit den Garmin Geräten. Die Garmin Apex 2 bietet dann auch ganz einfach die Möglichkeiten, hier Brustgurten zu verbinden, also sowohl ANT-plus und Bluetooth, wie schon gesagt, aber auch dann Geschwindigkeitssensoren vom Fahrrad, Trittfrequenzsensor oder Leistungsmessung. Bei der Apple Watch Ultra kann ich jetzt nur im Grundeinstellung beziehungsweise im Grundmodus nur einen Bluetooth-Gurt verbinden. Ich habe aber auch die Option über Work Outdoors oder zum Beispiel Cycle Meter dann auch hier zum Beispiel ein Leistungsmesser wie den Kicker Snap zu verbinden oder auch dann Leistungsmetalle oder auch ein Geschwindigkeitssensor ist dann ebenfalls auch möglich. Ja, was das GPS angeht, so haben wir GPS, Clonaz und Galileo verbaut, aber auch der japanische und chinesische Standard ist enthalten und beide Uhren liefern hier wirklich ein sehr solides und sehr gutes GPS-Bild. Ich war jetzt in Frankfurt beim Staffelmarathon unterwegs und bin auch hier zwischen den Hochhäusern gelaufen. Man sieht nur, wenn man dann in den Häuserschluchten direkt unterwegs ist, dass man hier eine kleine Abweichung bekommt beziehungsweise kein sauberes Bild, aber dennoch bekommen wir innerhalb der ganzen Stadt doch ein wirklich sehr gutes Bild angezeigt. Auch auf freiem Feld ist das Ganze natürlich kein Problem oder auch in den Wäldern bekomme ich hier wirklich von beiden Uhren wirklich sehr, sehr gute GPS-Bilder. Bei der Garmin FX2 habe ich dann aber auch noch die Möglichkeit, hier beim GPS das Ganze etwas einzustellen, wie ich es haben möchte. Bei der Apple Watch Ultra kann ich ja sagen, Sparmodus ja, nein und bekomme entsprechend hier entweder das eine GPS-Bild oder das andere GPS-Bild. Hier bei der Garmin FX2 kann ich sagen, okay, ich möchte das Beste haben, wie zum Beispiel Multiband oder ich möchte zum Beispiel Start IQ haben. Das ist ein intelligentes System, was einfach das beste Bild raussucht, wenn ihr im Wald unterwegs seid, zum Beispiel auf Multiband umstellt und wenn ihr am Freigelände seid, hier auf etwas stromsparendes GPS-Bild umstellt, um das Ganze hier mit der Akkulaufzeit zu verlängern. Was die Herzfrequenzsensorik angeht, so haben wir hier bei beiden einen optischen Herzfrequenzsensor verbaut und ich muss sagen, der von der Apple Watch Ultra ist wirklich der, der hier am besten abschneidet. Die Garmin FX2 bietet zwar auch hier mittlerweile solide Werte gegenüber den alten Vorgängermodellen, als zum Beispiel Fenix 6, aber kommt noch lange nicht ran an die Apple Watch Ultra. Im Regelfall hatte ich doch immer sehr gute Werte, dass die Apple Watch Ultra hier nahe am Brustgurt war, während die FX2 doch weit weg von den Werten des Brustgurtes gewesen ist. Gerade bei Intervallen ist es dann sehr auffällig. Ich habe jetzt mal einen Intervall rausgesucht, wo die Apple Watch Ultra das auch nicht ganz geschafft hat, aber dennoch bekommt die Apple Watch Ultra hier ein deutlich besseres Bild hin als hier die Garmin FX2. Auch bei ruhigeren Läufen sehen wir hier, dass die Apple Watch Ultra hier wirklich sehr gut abschneidet, während es manchmal bei der Garmin FX2 hier zu kleinen Peaks kommt. Bei beiden Uhren kann man aber sagen, dass man auch hier ohne Brustgurt trainieren kann. Man kommt hier auch an sein Ziel, aber wenn man jetzt hier genauere Werte haben will, würde ich auf jeden Fall bei der Garmin FX2 eher zu einem Brustgurt raten, als jetzt bei der Apple Watch Ultra. Wie gesagt, weil die Apple Watch Ultra hier wirklich sehr gute Werte hat. Wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen, können wir eigentlich sagen, wir haben hier mit den beiden Uhren wirklich sehr gute Sportuhren. Sie sind auf jeden Fall beide nicht günstig. Wir bekommen bei der Garmin FX2 wirklich eine sehr, sehr gute Sportuhr. Und man sieht auch einfach, dass der Fokus hier auf Sport liegt, beziehungsweise hier nicht auf Smartwatch, weil ich jetzt nicht telefonieren kann. Aber was das Thema Sport angeht, ist das wirklich eine sehr gute Uhr. Die Apple Watch Ultra ist eine wirklich sehr, sehr gute Smartwatch. Generell Apple Watch Uren sind wirklich sehr gut in das Ökosystem integriert, beziehungsweise sie haben auch wirklich einen Mehrwert. Im Thema Sport hat ja Apple schon einiges getan mit dem Update, mit dem Watch S9. Es hat aber noch einiges zu tun, wie zum Beispiel, dass man hier direkt ein Rad verbinden kann, beziehungsweise ein Leistungsmesser, beziehungsweise mehr Analyse, Daten oder mehr Analyse an die Hand gegeben werden. Dennoch habe ich durch diesen starken App Store dann auch die Möglichkeiten, diese Defizite auszugleichen, um mir zum Beispiel Apps wie Athletic herunterzuladen oder Work Outdoors, um das Ganze hier, ja wie gesagt, die Defizite auszugleichen. Dazu muss man aber sagen, trotz diesen 1.000 Euro kommen dann auch hier nochmal Zusatzkosten hinzu, zum Beispiel wenn ihr CycleMeter nutzt oder dann auch hier Athletic, die haben dann noch eine Jahresgebühr, die man hier dazurechnen muss, was ich bei der Apex U an dieser Stelle dann nicht habe. Ja, ich hoffe, ich konnte ja einen kleinen Eindruck geben, was die Apple Watch Ultra angeht, beziehungsweise die Garmin Apex 2 und die Unterschiede mal zeigen, beziehungsweise auch die Gemeinsamkeiten. Wenn dich noch mehr zum Thema Apple Watch interessiert, ich verlinke dir oben mal die Playlist zu Apple Watch, beziehungsweise wenn dich mehr rund um Garmin interessiert, ich verlinke dir unten mal die Playlist zu Garmin und wenn du neu auf dem Kanal bist, verlinke ich dir auch oben mal die Playlist zu einem Kanal, da kannst du mal schauen, was sonst noch auf dem Kanal stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, würde mich freuen, wenn dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.